Nachdem der Nikolaus viel Freude auf der ganzen Welt gebracht hat und jetzt in seiner Höhle am Nordpol Winterschlaf fällt, ist nun das Christkind an der Reihe. Weil beide auf ihren ökologischen Fußabdruck achten, betreiben die zwei neuerdings Carsharing und teilen sich einen Schlitten. Schatz? Ja? Sollen wir jetzt kochen? Ja. Das klassische Menü. Hol doch mal das Zeug aus dem Kühlschrank. Was soll ich machen? Ich weiß es noch gar nicht. Hol doch einfach die Wienerchen los. Die Wienerchen? Ja, können wir machen. Ja? So. Da habe ich die Kupel vom Metzger. Das ist schön. Der hat die Haukel eingeschweißt. Da ist uns heute nichts zu teuer. Deine Mama kann gut backen, muss ich sagen. Ja, ja. So. Oder gleich mal eine Schüssel von da für den Kartoffelsalat. Wo ist denn die? Okay. Hier unten, schau. Ah, hier. Brauchen wir das, große oder kleine? Schau doch mal, wie viele Kartoffelsalat die haben. Ja. Ja, die Schüssel. Ja, schau. Machst du Lust zu den Kartoffelsalat, wie gesagt? Der ist auch im Kühlschrank. Ach so, ja. Den habe ich ja schon vorbereitet. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ach so schön. Unser erstes gemeinsames Weihnachtsfest. Ach so, ja. Ach so, ja. Ach so, ja. Engel, das hast du auch schon. Sehr gerne. Ja. Das hast du so schön gemacht. Ja, ich weiß. Ich habe mein Praktikum als Koch gehabt. Das sieht man sofort. Wie mit frischen Kräutern und so, ne? Ja. Das ist sehr, sehr wichtig, ja. Schau. Lass mich mal schon in den Kartoffelsalat. So. Wunderbar. Es ist so schön. Unser erstes gemeinsames Weihnachten. Ich bin so glücklich mit dir. Du Schell. Jetzt mache ich aber die Wienerchen rein. Aber Schnee hat es keinen hier. Nein. Nein. Keine weiße Weihnachten. Na ja. So. Die Weihnachten muss man im Herzen haben. Da ist es richtig gut, ja? Ja. Weihnachten ist das Fest mit der Liebe. Das ganze hat dir Grillvideos anschaut. Mmm. Das gute Wasser von dir. Das fein prickelnde. Das schlapp. Das schlapp. Alles schlapp. Der economists machen ein Governor. Ich gebe dir gleich mein Würstchen raus. Danke schön. Bitte schön. Wie herrlich das ist. Ich nehme schon ein bisschen Eis, weil du weißt ja. Ich schaffe dich nicht zu viel. Hast du Kartoffelseler? Ja. Wir sind nicht auf Diät. Ja klar, natürlich. Danke. Auf Wünslein Schatz. Auf Wünslein Schatz. Auf Wünslein Schatz. Scheiße. Möchtest du etwas Ketchup? Ja gerne. Okay. Okay. So. So. Schön. Na dann. Guten Appetit. Ah! Causes? Ein Mann! Pallas! Was war das? Was war das Christkind? Wirklich? Schmeckt's? Schmeckt's? Mh, ja auch. Schon wieder? Ja! Da ist er dann runtergefallen und da habe ich gesagt, ja du spinnst du! Das ist lustig! Noch mal größer! Ja, wir haben nicht einmal geschmückt! Kassel Oh, ganz gut! WEEEEE! Das war's für heute. Nein! Nichts haben sie da! Nein, Murs! Nein, Murs! Bierschnapp-Kreuzer Nein, Murs! Frustl! so ne pinata heißt Nikolaus 1,2,3 los geht's 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 1,2 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 los geht's 2,2 los geht's Make sure ich es schön auf.